Was glaubst du, was ich als Professor im Jahr so verdiene? Und stimmt das Vorurteil, dass wir Profs unsere Zeit vor allen Dingen auf dem Golfplatz verbringen, anstatt zu arbeiten wie andere Leute auch? Und ist es wirklich wahr, dass es uns Spaß macht, arme Studierende so richtig schön aus der Hochschule rauszuprüfen? Wenn du wissen willst, wie die geheimnisvolle Welt der Hochschulprofs so aussieht, dann kommt hier deine Chance. Denn Professor Bruné von der Welt der Werkstoffe und ich, wir stehen euch in ein paar Wochen Rede und Antwort zu euren Fragen rund um das Thema Professur. Und wir antworten ehrlich und vor allen Dingen offen. Und wenn deine Frage auch dabei sein soll, dann schreib sie einfach in die Kommentare und abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst. Also bis bald, wir freuen uns schon.